Ich bin Verena von Zappju und freue mich, dass wir heute dabei sein durften im Loop und wir haben heute zu unserem Herzensthema gesprochen, nämlich zu Wertschätzung in der Arbeitswelt. Wir bei Zappju stehen dafür, dass wir in der Arbeitswelt und am Arbeitsort einen Platz schaffen möchten, wo Menschen mental gesund arbeiten können, wo sie ihr volles Potenzial entfalten können und wo sie sich einfach wohlfühlen und sich auch ein Stück weit selbst verwirklichen können. Und daher ist für uns das Thema Arbeitskultur und Wertschätzung ganz, ganz wichtig, weil wir eben glauben, dass das ein ganz großer Hebel ist, um eine positive Arbeitskultur zu gestalten. Ich bin der Chris, ich bin der andere Teil von Zappju und wie Jure gerade schon gesagt hat, wir lieben das Thema Wertschätzung, wir lieben das Thema Arbeitskultur und wir glauben, dass wir damit auch einen Riesenhebel haben zum Thema Fachkräftemangel. Das heißt also, wir glauben ganz fest daran, dass jede Firma durch das Thema Arbeitskultur den Fachkräftemangel angehen kann und auch da gute Lösungen etablieren kann. Hi, ich bin Daniel Büscher und bin hier im Loop eingemietet, auch als Mieter und freue mich, heute beim Talk im Loop durfte ich über das Thema Unternehmensvision sprechen. Was macht eine gute Vision eigentlich aus und wie kannst du mit deinem Unternehmen kommunizieren, was du wirklich bewegen willst im Leben? Das begeistert mich und als Designer will ich nicht nur Dinge hübsch darstellen, sondern auch strategisch gut kommunizieren. Und ich kenne kein anderes Thema als das, dass die Vision wirklich etwas ist, was eine Power hat in der Kommunikation, was du wirklich am Ende erreichen willst. Und darüber durfte ich heute hier sprechen und freue mich über das Netzwerken und das ganze Zusammensein hier im Eurotech. Ich bin Heike Möbius, Betriebsberaterin bei der Niederrheinischen IHK in Duisburg. Und wir sind seit April dieses Jahres hier Mieter in dieser wunderschönen Location im Eurotech in Mörs. Und die Idee zu einem Netzwerk ist eigentlich schon im vergangenen Jahr bei uns entstanden. Und zwar aus der Unternehmerschaft heraus. Da wurde immer der Wunsch in den Beratungsgesprächen an uns herangetragen, doch mal ein Netzwerk für Kleinunternehmen und Soloselbstständige zu installieren. Und das haben wir dann gerne aufgegriffen und haben dieses Netzwerk 2022 installiert, haben da eine erste Auftaktveranstaltung durchgeführt. Und jetzt hier, seit wir Mieter sind, sind wir von der Frau Kuhnert angesprochen worden, ob wir nicht mal zwei Formate zusammenfließen lassen können, nämlich dieses Format Talk im Loop, was ein Eurotech-Format ist und unser IHK-KGT-Netzwerk. Und die Idee haben wir gerne aufgegriffen. Und aus dieser Idee von April oder Mai ist die heutige Veranstaltung entstanden. Es ist also wirklich eine Co-Produktion zwischen IHK und Eurotech-Loop. Und ich denke mal, es ist eine sehr gelungene Veranstaltung geworden. Das habe ich jetzt auch schon über viele Feedbacks wahrgenommen, über die Teilnehmenden heute, die sich sehr lobend über die heutige Veranstaltung und vor allem auch über den Mehrwert, den sie heute mitgenommen haben, geäußert haben. Eine Fortsetzung ist geplant? Und wir planen diese Netzwerkveranstaltung immer so zwei- bis dreimal im Jahr. Natürlich nicht immer hier im Eurotech, aber es wird mit Sicherheit in Zukunft auch nochmal eine Veranstaltung hier im Eurotech geben. Aber die Netzwerkveranstaltung an sich wird zwei- bis dreimal bei uns im IHK-Bezirk stattfinden. Auch an unseren Servicepunkten, die wir beispielsweise in Kalkar und Geldern haben. Ja, hallo, mein Name ist Susanne Kunert. Ich bin der Happiness Manager hier im Eurotech-Loop. Und seit 2017 an Bord, als das Gebäude gerade von zwei Niederländern gekauft wurde, bin ich halt dabei gekommen. Wir haben eigentlich ein klassisches Bürogebäude, nicht ganz so klassisch, wie man das kennt, aber schon ein Bürogebäude, wo wir eine bunt gemischte Mieterstruktur haben. Also wirklich vom Steuerberater über eine Stromfirma, über Kreative. Das Konzept ist, dass jeder sein Office mietet. Also man hat einen eigenen Raum natürlich, aber alles andere wird gemeinschaftlich geteilt, sodass wir Community Space haben, wo sich die Unternehmer auch begegnen können und austauschen können. Heute haben wir hier den Talk im Loop, eine Kooperationsveranstaltung mit der IHK am Niederrhein. Wir veranstalten so zwei- bis dreimal diesen Talk im Loop im Jahr. Und ja, wer Interesse hat, wir freuen uns über jeden Unternehmer und Selbstständigen, der Spaß am Austausch hat, ein bisschen was dazu zu lernen, neue Leute kennenzulernen und sich einfach zu vernetzen. Ja, besonders stolz bin ich auch auf unser Coworking Space. Da sind wir 2018 mit begonnen, in einem ganz kleinen Büro mit vier Schreibtischen auf 25 Quadratmetern. Und das ging wirklich nach kurzer Zeit schon durch die Decke. Wir hatten nach kurzer Zeit das Büro völlig ausgebucht und sind dann immer weiter gewachsen und gewachsen. Und jetzt bin ich auch stolz darauf, dass wir hier oben im Loft ein Coworking Space auf 260 Quadratmetern haben, wobei jetzt nicht die Größe unbedingt zählt, sondern der Inhalt. Also wir haben ganz tolle Coworker an Bord, die sich auch wirklich miteinander austauschen, sich wertschätzen, unglaublich Rücksicht aufeinander nehmen, neue Dinge entstehen lassen und sich wirklich gegenseitig bereichern. Und das ist aus meiner Sicht der Sinn von Coworking, also nicht nur einen Schreibtisch zu mieten, sondern das Miteinander auch zu leben und zu arbeiten. Ja. Musik 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 직 bakery knits Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020